So Leute, herzlich willkommen zum Hexe-Projekt, mit dieses Mal mit Sarkal. Hallo. Cäsar. Hallöchen. Und mir jeden. Ja, mir. Für alle. Cäsar. Wir haben einen Neuling, und zwar ist das der Cäsar. Jau, das bin ich, und ich wurde gleich mal hier am Spawn von einem freundlichen Creeper begrüßt, der den Spawn ein wenig umformiert hat. Ja, ja, ich geh mal schnell in die Stadt, dann bin ich gleich weg. Ich geh mal grad nach Hause, weil ich hab jetzt bis jetzt gar nichts gegeben, weil ich in der Stadt habe gestorben. Boah, Zombie, hemm halt die Tür ein. Achso, ähm, Cäsar, du bist ja so nackig, ne? Du hast gar nichts. Ich bin sowas von voll nackig, das glaubst du gar nicht. Dann würde ich sagen, wir tun uns gleich mal ein bisschen zusammen. Dann können wir uns ja grundlegende... Äh, oh. Kann sein, dass ich gleich wieder tot bin, dann ist es ja schon mal ein dritter Tod, und bei Tod fliege ich eine Woche raus. Eine Woche, alter Schwede. Oh, scheiße. Doch nisch. Sag mal, wer sperrt denn ein Zombie in sein Haus ein? Halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Boah, mach mal den Sound weniger, alter. Das pfeift grad dermaßen durch die Ohrmuschel. So, wasser. Ich baue mich jetzt gerade mal ein, bis es Tag ist, weil ich hab gar nichts. Äh, kann ich mir hier irgendwie mal ein Haus einfach schnappen, oder sind die vergeben, beziehungsweise wie sind die vergeben? Also ich weiß nur, dass Johann an sein Haus geschrieben hat, hier wohnt Runmap hier, oder sowas. Okidoo. Und mal eines habe ich halt... Ich bin bei einem Boss. Wow. Auf jeden Fall, Vibrant. Aber ich verdammt viele Sachen, ne. Alter, ich hole mir das mal Holz, so equipped wie ich bin, da geht ja mal gar nichts. Au. Och. Jo, Freunde, ich spiele hier gerade auch ohne Texture-Pack, weil ich das mit den Swags noch nicht so ganz hinbekommen hab. Da schreibe ich mir noch ein wenig eben Kingsmoke. Ah ja, ich höre Meteoruten. Ich auch. Ich frage jetzt nur, wo. Ok, holt ihn, holt ihr ihn euch? Ich hab gerade, äh... Ich bin gerade in diesem Dungeon, wie gesagt. Achso. Warte mal, ich höre irgendwas bimseln. Ist das bei mir wahrscheinlich, ja? Und ich lote hier richtig viele und gute Sachen. Toll unterm Eis. Kannst du mir, äh, kannst du vielleicht... Ich hab ihn! ...dem Cäsar und mir, äh, eventuell unserer Umständen, äh, grundlegendes geben, so ein bisschen. Holz, so ein bisschen... ...irgendwas. Ähm, Geh-Bahn-Geh in unser Haus und dann knack dir ein paar Sachen raus. Ich rette erst mal mein Leben, danke der Nachfrage. Jo, ich mache erst mal... MEIN! Boah, Alter. Du übersteuerst gerade der Ferien, definitiv. Oh, ich fürchte, ich bin noch im, äh, Cheat-Mode von Leben, weil ich gerade... Im Cheat-Mode oder sowas? Nee, weil ich gerade im... ...Singer-Player... ...einer Freundin von mir erklärt habe, wie die ganze Kacke hier funktioniert. Also ich hab's versucht, meine ich. Okay. Doch, das ist kein Kacke. Und, erfolgreich? Ich hab's versucht, hab ich gemacht. Hahaha. Also NEIN! Also der, der Wille zählt. Der Wille zählt. Ich kämpfe gerade gegen einen Boss... ...von diesem... ...Tower. Alter, ich hab'n halbes Herz... ...drei Fleisch. Und an Teil des besiege ich ihn. Okay. Dann seh' ich mir das mal in der Aufnahme bei dir an. Das läuft gerade ziemlich flüssig, muss ich sagen. Ich hab' die Einstellung relativ runtergedreht. Und ich hör' schon wieder ein Skelett. Ja, gib du... NEIN! Ja, mit, 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 mit Skype, das hatte überhaupt keinen Wert. Das ging ja gar nicht. Nee, jetzt sind wir über TS auf. Also, wir reden über den TS. Und... ...ja. So, ähm... Übrigens ist bei mir wahrscheinlich ein oder zwei Tage Verzögerung mit der Folge. Deshalb ist der... ...Sakai jetzt beispielsweise schon bei Folge 3, sag' ich mal. So ungefähr. Ich bin bei Folge 6. Ich bin bei Folge 1. Hochgeladen und freigeschaltet, meine ich. Ach so. Ach so. Ich hab' das eine hochgeladen. Ja, ich muss die noch hochgeladen. Und ich rette gerade... Ich sitz' hier gerade in diesem Loch. Ich weiß, das ist nicht gerade spannend. Boah, Alter, das ist ja mal fitter Vulkan. Zombie, geh' weg. Du interessierst mich grad' nicht. Er ist tot. Ja, Glückwunsch. Schöne Drops. Wo zur Hölle bin ich? Gepackt. Ich hab' ihn vernichtet, alt. Boah. Alter, was machst'n du? Morgst du gerade was oder wie? Das... Das bin ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Hä? Klar bist du das. Vibrantes bist du, Mann. Hä? Was? Ich... Was? Ich esse nix. Nein, das hat sich gerade angehört, als hättest du noch so ne uralt mechanische Maus und 1812 aus Vollholz und würdest dann mit neben deinem Telefon... ...äh, schon mal im Mikrofon rumklickern. Ha! Siehste? So, sorry. Ja, 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 ja. Hey! Maus ist... Ja, ja, komm. Lass mich. Warte mal. Ich hab... Ja, nur ein paar Sachen... Darunter. Scheiße, ich find' das Dorf nicht mehr. Mensch, schreibt euch jetzt gerade Kacke voll, echt. Das blöde ist... Alter, hab' ich viel gelootet. Boah, Zombie, geh' doch weeg. So, jetzt steht das Mikrofon ein bisschen weiter weg. Und ich kann's so machen. Das blöde ist... Ich bin ja... Ich hab' ein Ender-Giant-Zucht. Ohhhh... Geht weiter. Au! Das Problem ist... Scheiße! No. Geil. Ist das Problem, denn ich bin hier ja natürlich auch unter den ganzen Bäumen. Und die spawnen die ganzen Viecher eben auch nicht. Oder sterben auch nicht und so. Deshalb freu mich hier gerade unterirdisch ein bisschen Eisen. Wenn ich noch finde. Oder soll ich? Er hat nicht mehr gefunden. Jo, ich bin hier irgendwie rumgeeiert und ich hab' wirklich das Dorf nicht mehr gefunden. Ich bin drei Meter weg, also anscheinend meine Orientierung in dem Spiel ist ja noch nicht so pralle. Bist du nicht tot? Ich muss mir gleich ein Waypoint machen, ohne Scheiße. Ja, aber Dingens hat mir ja geschrieben, Horch und Guck. Okay. Rod's safe. Also, ich hab' verdammt viel gelootet, Alter. Ich bin richtig glücklich. Also, ich bin hier tot. Ich hab' gerade unterirdisch Kobbel aus reiner Langeweile, weil ich erst mit kein Kobbel habe. Ich hab' genug Kobbel. Ich fisse hier mit einem ordentlichen Zombie weg, weil der mich gerade nervt. Oh, und da kommt der Nächste. Ahhhh. Alter, ich hab' ein halbes Herz und eins Fleisch und ich hab' keine Lust. Ich hab' genug Essen. Wenn du was brauchst, dann komm' zu mir. Ah, Spinne! Mann, geht doch alle weg. Wow, da sind überall Viecher. Ich muss jetzt weg. Ist irgendwo eine Haustür? Aua. Ja. Weißt du, ich fähr' ich mal bei dir retten? Puh. Ja, bitte. Also, ich bin jetzt in irgendeinem Haus. Meine ganze Rüstung ist kaputt. Das doof ist, ne? Da ist ein Zombie, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie, da ist ein Zombie. Ich schwimme weg. Ich schwimme weg. Ich schwimme weg. Wow, das ist ein Boss-Zombie. Das ist ein Ninja-Zombie. Scheiße. Ich schwimme jetzt einfach um die ganze Insel rum. Boah, der schießt doch nicht. Boah, ist das ekelhaft, ist die Spinne jetzt da vorne? Nein! Nein! Ah! Nein, 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 geh weg! Oh, du verkackte Spinne! Was ist das? Ist das eine Kuh? Nein, das ist ein Bär. Oder Boah. Geh weg. Was ist das? Scheiße. Leute! Oh, wir machten so kurz die Leiter an. Und warum hat das Haus nur drei Hauswände? Ich fahrecke. Ich fahrecke. Ja, ich komm gleich her. Oh, nee! Lauf! Ne, ich mein, ich bin... Ich suche grad die Stadt. Boah, ein Glück ist gleich Tag, das ist hier echt gerade nicht so lustig. Ich grab mich jetzt nochmal ganz kurz ein und guck dann mal auf der Map, ob ich die Stadt finde. Und dann mach ich mir da so einen scheiß Waypoint. Also, ich amüsier mich grad. Ich, Depp, hätte ja auch von auf die Map gucken können, ne? Nö... Nö... Oh, hier ist... Und... Oh. So... Sch... Dann komm ich euch mal suchen. Also, ich bin bei... bei minus 900... Äh... Minus 1000... 160, ungefähr. So in dem Dreh. Sieht man seinen Todespunkt irgendwie auf der Map? Nö, ne? Tot! Ich bin tot! Och nö. Oh, zum Glück greifen die Wartenschweine diese Ewa-Ticher nicht an. Ist deine Quipp jetzt weg? Ich bin so dumm gestorben! Ich bin... Ich bin schon zweimal. Oh, ich schiehlt! Zwischen Wasser und... Oh, nein! Jau, das scheint heute eine recht lebhafte Folge zu sein. Das ist bei mir langweilig. Ich glaub ja... Oh, es schneit schon. Raffel-Schweine? Oh? Oh Gott. Ich will nicht sterben. Ja, ich hol meine Sachen und dann sucht euch. Ich töte gerade Schweine, von daher. Kann sein, dass ich die jetzt irgendwann doch gerettet habe. Weißt du grad so heldenhaft? Ich hol euch retten! Und dann... ... ein Bad! Oh Mann, ich wollt auf eine Kugel machen und euch retten... Wenn ich da falte ich wie ein Vollidiot! Tja, was ist halt das Fixa, oder? So ist halt mein Slander. Falls so wie aufs, ehhm... Ey, Timorant! Den, den, den! 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 So, Joli! Dann kommt man so'n Typ mit nem geilen Skin und rottet euer Arsch! Ja, so'n geiler Skin ist das normal. Naja, jetzt ist da keine Ausrüstung mehr drüber, jetzt sehen wir den Skin. So! Okay, aber ich glaub' ich bin gerettet. Da sind Bären, die nehm' ich da mit, also ich meine, äh, Essen, zum Essen und so. Alles klar, also, wo bist du jetzt, ähm, bei Ibrahim? Ich bin gerettet, du brauchst, du brauchst mir nicht mehr helfen, dankeschön. Ah, und wo bist du? Ich hab's geschafft. Äh, ich hol's hier grad'n paar Bäumchen weg in dem Kaff. Und pflanz' hier wieder an, weil ich brauch' Holz! Es ist auch geil, du willst uns retten. Vielleicht kann ich dich abholen und da in die Stadt bringen. Es ist geil, du willst uns retten und kurz beholen? Ich bin gerettet. Alles super. Jo, jetzt ist ja Tag, jetzt versuch' nicht mehr, diese blöde Zombie mich hier zu erwischen. Ja, ich hab' Schweine gefunden und die gekillt, von daher, ich hab' halt nur Essen gebraucht. Weil ich nur noch ein halbes Herd hatte. Ich hab'... Ich hab' jetzt noch grad' das Feld finden. Ah, ich glaub' das war das hier. Ich hab' ja nämlich grad' irgendeins in Panik abgeerntet. So. So. Soll ich dich nicht zur Stadt führen? Ich bin in der Stadt. Ähm. Also denk' ich zumindest. Oder ist die Stadt woanders, als der eigentliche Spawn? Die ist ganz woanders, keine Sorge. So. Ähm. Ja, dann kannst du ruhig mal vorbeigucken. Ich bin hier grade schön am... ...mir was zu essen organisieren. So, ich hol' mir gerade schon eiseln. So, ich hol' mir gerade schon eiseln. In welchen Teil im Haus bist du denn? Ich steh' hier grad' auf einem Enchantment Table. Übrigens, das erste Ziel, was ich habe, ist mir ein Match in Pomerang zu machen. Es gibt ja nichts geiles aus. Ja, zwei Stück. Ja, zwei Stück. Ja, zwei Stück. Ja, zwei Stück. Weil, ganz ehrlich, die sind ja einfach nur episch, ne? Episch. Willst du mal einen haben? Nein. Das sind deine. Die hast du direkt nicht verdient. Wer weiß. Willst du... Willst du... Willst du irgendwie mal schmecken lassen, ne? Ich glaube, ich lege ein Sakrals Haus Treibsand aus. Hey! Nicht. Also... Wo bist du? Äh, hier bei dem... Ich bin jetzt bei meinem Haus. Ich bin beim Enchantment Table. Wo ist dein Haus? Wir haben kein Enchantment Table. Äh, bist du dir da sicher? Ja. Ich bin auf den schwarzen Wallblock gegangen. Ich bin bei minus 347 und 623. Das ist die grüne Stadt. Das ist die grüne Stadt. Alter. Bin ich in der grüne Stadt gespawnt? Das ist die grüne Stadt, Alter. Naaa. Tja. Das ist bitter. Echt mal, das ist... Und die werden dich töten? Nein, dürfen sie nicht, glaube ich. Soll ich dich retten? Du könntest mir sagen, wo ich hin muss. Du kannst... Schreib einfach in den Chat. Er ist aus Versehen in der selben Stadt... Äh, äh... Falsche Stadt gespawnt. Dann hauen die die... Du musst... Über Wasser laufen und alles. Oder du, äh, tötest dich noch einmal und sagst dann, äh, Smoke... Nee, aber ich war doch tot und ich bin hier gespawnt. Ich bin in dem Wald verreckt und bin hier mitten in der Stadt gespawnt. Das war dann wohl die falsche Stadt, wo ich gespawnt bin. Jaaaa. Das war eigentlich gar nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist eigentlich... Das macht meine Mutter den Sachen, egal. Äh, der Sinn der Sache ist eigentlich, dass du auf so einer Insel spawnst und, äh, diese... Auf dieser Insel, ähm, dann zwei TP-Steine sind. Oh, oh, da läuft jemand rum. Und der killt einen Enderman. Hä, hä, da geh ich doch mal weg. Das ist Horsche... Wahrscheinlich. Warte mal. Warte mal. So, und... Nein! Ähm... Lass dich mal töten, ne? Nein! Äh, um... ChocoPo-Sattel... Jeder... Ich kann mir schon einen ChocoPo-Sattel machen... ChocoPo-Backpack. Backpack... Bäh-Aäh... Dedeedeedeedeh... Was macht ihr grade? Ich hüpfe wie ein Beklopter um Heusch rum. El-Oy-Eschi... Okay, ich wollt nur wissen, ob ich schon rausgeflogen bin, wieder aus dem Test. Hat sich nicht grad so angehört. Dann... Kannst du... zu uns... kommen... Hehehe... Butchi. Okay, wenn ich ihn weiter auf den Nerven gehe, dann haut er mich, glaube ich. Ach, was? Würde er niemals tun. Ich bin noch in der Aufnahme. Ja, also! Ja, natürlich ist er in der Aufnahme, er ist auf dem Server drauf. Minus 735. Übrigens, jetzt nochmal an alle Zuschauer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, Themen, weil ganz ehrlich, wenn wir hier... Es ist immer interessant, weil ich nehme immer jemandem anderen auf, wahrscheinlich. Und da ist es dann immer interessant, zu wissen, was die persönliche Meinung von Cäsar ist, zu dem und dem Thema. Ich finde es scheiße. Nicht? Ach so. Ja, ich hätte jetzt über Mobbing gesagt. Ganz spontan hätte ich wieder Mobbing gesagt. Das finde ich scheiße, das ist gut. Ja, das finde ich scheiße, definitiv. So, ich habe jetzt genug Kreuz. Habe ich genug Kreuz? Nein, ich habe gesehen nicht heute. Kann mir irgendjemand mal die Koordinaten geben, damit Horrig mich da durch rüber teleportieren kann? Please. Habe ich schon gesagt? Minus 745... Minus 7... Minus 740. Minus 740. Und? Ähm... 99. Jupp. Minus 968. Minus 968. Häh... Ähm... Sag mal... Hast du reizigend wirklich einen Diamant zu finden? Klar, komm her! Ja, ne, weil dann kann ich mir auch so einen Schokop... Jürgen, warum magst du das? Er kann nicht tp'n! Natürlich kann er mich tp'n! Ist er op? ja jetzt kann er zu uns kommen er ist der king hat ihm op rechte gegeben wissen wahrscheinlich alle wo unsere städte sind wir wissen ja auch wo die stadt ist jetzt ist ja nicht so schlimm ja wie bist du jetzt nur wegen mir klar weil ich bin doch in keinem krieg und nix und in der stadt darf oder ich doch nicht platt machen genau da kann es gibt überhaupt keinen grund jetzt hier so rum zu motzen ich muss dann rum wenn ich will okay wunderbar gut dann würde ich sagen ich beende meine erste folge hier mal ich bedanke mich herzlich dass ihr das neue projekt guckt nur freilich macht der stunden folgen oder was wir können maximal haben halbe stunde machen moment wie lange ist denn die folge jetzt die macht das 17 halb ja ich würde sagen also ich beende dann an dieser stelle die erste folge auch natürlich also ich noch weiter ich mache dann auch noch ein fölkchen aber ich muss erst mal gucken scheiße skelett ob die aufnahme auch so passt nein nicht schon wieder die hauen rein diese mistviecher also ich meine du kannst auch auf die folge jetzt ich bin ich weiter so also ich bin ich erst mal sicher ich werde die folgen jetzt auch zwischen 17 und 20 minuten ok ich mache dann mal ganz kurz pause au ich habe nur drei herzen also du machst jetzt einen kurzen cut machst du ja okay also was ich sagen wollte vielen dank fürs zuschauen einen schönen tag eine schöne woche und jetzt